Ruck auf den Kopf, die Osterbuege, bitte ein Applaus für die Jungen Werthau. Wie heisst du? Michael, in welcher Kurs bist du? Super, wie heisst es Natti? Wie war es? Kannst du uns etwas über den Pixel erzählen? Super, wie war es? Sehr schön, Applaus für die Jungen Werthau. Super machst du das. Dankeschön, Applaus für die Jungen Werthau.